Willkommen zu einem Audio Test Outriders Gameplay. Ich habe mir ein 170 Euro Plugin runtergeladen. Ich habe es ja schon öfter getestet, keine Sorge. Ich habe es bei meinen letzten zwei Songs im MGMT Remix und kann mich nicht beklagen getestet. Und jetzt ist mal Zeit, dass ich ein Recording ausprobiere. In Outriders natürlich. Ich spiele auf einer leichteren Stufe. Es sollte nur ein schnelles Gameplay testen werden, um zu schauen, was das Ding drauf hat für mich. Um ein bisschen zu leveln, da ich die letzten zwei Male, wo ich auf Englisch gespielt habe, sowieso nur auf die Fresse bekommen habe. Aber ich werde eigentlich hauptsächlich die Qualität überprüfen, was das Ding mir so bringen wird jetzt. Kommst du? Er ist noch nicht nah genug. Gleich ist er nah genug. So. Ob ich jetzt die Überqualität kriege, die ich haben will? Was bist du? Ein Sniper? Dort bist du. Das bist du. Das können wir mal darüber pushen. Das ist gerade leicht. Aber ich mache ja viele Audio-Tests, um mir die beste Qualität rauszuholen. Wenn man sich rausholen kann, was auch leichte Störungen im Game Mart off am Anfang. Aber ich bin dann noch nicht zu lange auf YouTube. Da kann man sich ein paar Störungen erlauben, habe ich gehört. Naja, nicht wirklich. Jetzt habe ich Haufenweise Plugins auf meiner Recording-Kette. Drei EQs mit dem neuen 170 Euro EQ der Maschinen berechnet. Was meine Stimme gerade braucht. Braucht sie Boost? Braucht sie Cuts? Muss sie Cutten? Oder Lacher oder Schrecker? Me runtercutten? Während ich rede? Ich schätze, wenn ich die Webcam jetzt drauf haue, wird sie wieder ein bisschen verzögert sein. Das wird dazukommen. Aber dieses Spiel ist gerade ohne Webcam. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel noch Webcam spiele. Ich habe irgendwie wenig Lust auf Webcam in letzter Zeit bekommen. Dann ist es in meinen Augen einfach zu rot vom ganzen Schrecken, da rumtesten, Sachen editen und so ein Bast, den Cedarsher hat. Ich brauche halt die Muni da drüben. Ich kann nicht durch. Ich kann auch mit dem Weg zu blocken. Ah, die können wir noch wegmachen, die kleinen da. Ah, ist das locker auf dieser Stufe. Ich muss endlich mal meine Ausrüstung so hoch leveln, dass ich es, wenn dann in Eye of the Storm ein paar Minuten überlebe. Was nicht so leicht sein wird. Ich glaube, das brauche ich gar nicht im Solo-Modus probieren, aber wir werden es dann eh sehen. Ich habe ja keine Angst vor Fehlers. Davon gibt es hier genug. Davon wird meine Musik auch genug. Da werde ich meine Musik auch genug damit durchbrechen. Ausdrücken, was auch immer. Meine Musik zu verkünftigen Lieder. Reden sehr viel auch über das Thema. Also Fail, ja. Aber deswegen wird ja immer neue Sachen getestet und immer weiter getestet. Damit ich merke, was am besten funktioniert. Was nicht so gut. Mist. Mach den Typen weg, mach den Typen weg. Okay. Schaut meine Muni aus. Voll. Ich habe genau sein Ding wegge... ...flitscht und gecheatet. Ach, ich wollte doch reinkommen zu mir oder zu meinem perfekten Campspot. Ich liebe diesen Campspot da unten. Da ist noch nie was Schlechtes passiert. Ich bin vom Boss, der mich zulegen will. Mit seinen strahlenden Dingern. Hier ist er. Oh, da muss ich raus. Ich mach den Boss noch weg. Okay. Was sag ich denn jetzt? Bist er noch? Nein, nein. Du bist auch gleich weg. Und diesen Audiotest Outriders. Nein, nicht Friesen. Nein, nein. Ja. Verdammt. Ich lank dich, der Ge-Frozen. Oh. Granatenschaden. Oh, der Snapper unten lebt noch. Mach nur den kleinen Typen weg. Oh, und alles explodiert. Alles explodiert. Verdammt ist das trotzdem intensiv. Ach, nicht ausgewichen. Okay, wo bist du kleiner Snapper? Hier. Snappers zu legen, ganz wichtig. Wenn es mich teleportieren lässt, sowieso. Was es nicht immer tut in diesem Spiel. Manchmal will das Spiel einfach nicht, dass ich mich in Sicherheit teleportiere. So, ich verbreite bei oben. Big Boss. Hopp. Ausgewichen. Oh. Ganz hinweg schon bald mit dem Level hier durch. Oh, ist das Spiel lässig, wenn es auch in einer leichten Schwierigkeit ist. Aber ich leide hier gern. Nur wenn ich mir selbst leid zufüge. Okay. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Nur wenn ich mir selbst leid zufüge. Und es hat sich unterbrechen. Und am Abend habe ich gerade Fettschaden gemacht. Ich spiele einfach auf der leichtesten Schwierigkeit durchspielen, wenn ich es mache. Auf der Journalisten-Schwierigkeit. Auf der Journalisten-Schwierigkeit. Und jetzt? Da bin ich schon oft in dieser Map gestorben. Der Bosskampf später. Das ist richtig. Zorch. Der ist zorch. Schwierig ist er. das ist schön wenn die einfach keinen Schaden machen Ochs ist gruntet Ochs ist gruntet Wo hast du mich hingezogen Verdammt warum hast du gerade so viele Sachen raus Selbst jetzt kriege ich auf die Nuss Warum sind Menschen so schwierig zu bekämpfen Ich sterbe ich sterbe Ich sterbe ich sterbe ich sterbe echt Das war das war vier oder fünf Schwierigkeiten leichter vier oder fünf Schwierigkeiten leichter Und ich versorge Verdammt Oh mein Gott Stufe 46 ich bin Stufe 50 Wie schaffe ich das bloß? Wie schaffe ich das bloß? Oh mein Gott Ich muss meine Ausrüstung gescheit verbessern So geht das nicht weiter Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Da passt was ganz und gar nicht Ganz und gar nicht passt da was nicht Kann ich alles neu kaufen Da funktioniert echt nichts Okay 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 Es geht weiter Ich spiel das nochmal Aber ich kann nicht die ganze Zeit nur versagen Aber ich kann nicht die ganze Zeit nur versagen Oh So viel versagen in einem Video Doch So lange Weil wenn das hoffentlich meine Audio passt Dann hätte ich mir dann irgendetwas Doch bessere Auflagezeiten In meiner Jägerfähigkeit Oh Get's stuck in here Oh Oh boy So viel action Rüstung ist einfach für nichts Dann würde das ich nur eingehe Oh Ich könnte gleich wieder auch eine Hose spielen Uuuuhhhhhhhhhh Verdammt Verdammt Es sollte einfach ein kurzer Playtest werden seht was draus geworden ist machte hier unten scharfschützer hör auf mich zu attackieren in diese richtung will ich noch mal sterben muss aufhören bei der Outrider Reputation zu vermasselt die wichtige Outrider Reputation oh boi oh boi Menschen bekämpfen ist einfach zu schwierig was für Bieste wie im echten Leben ich muss mir einfach vorstellen das waren Scam Artists da ist mein Loch da ist mein Loch egal nicht egal nicht egal Gott drücken mein Loch oh boi auf mich freezen zu wollen oh Doppel Smashes ich weiß dass ich gleich einmal nichts mehr auf Stufe 50 probieren bräuchte weil ich jetzt bei dieser Schwierigkeit ja schon so schwer auf die Nuss bekomme auf die Walnuss die Nuss meiner Wahl die Walnuss naja eigentlich sind die Cashews die Nüsse meiner Wahl aber eindeutig obwohl die Mandeln auch sehr gut sein sollten Macadamias Macadamias die sind auch geil aber die sind teuer und fett auf dem Geschmack her richtig gut naja wir tanzen einfach mit dann hat keiner Probleme dann können wir einfach mit tanzen wird doch keinen stören oder? ein bisschen mit tanzen muss ich einfach wieder anfangen anzuziehen ich hab mich nicht mehr für Musik ich muss aufhören und beziehen, wie sie wollen den braucht man teures wow, hört's auf mich zu killen verdammt verdammt die Sniper sind zu gefährlich so, mein neuer Stealth Room du musst, du wirst weg ok, diese Fähigkeit ist aufgeladet oh, das ist haunted das ist eigentlich richtig gut ich muss zuerst money holen, sorry dann machen wir jetzt Schild voll Hild 4 ich bin vorbereitet ok, ok, ok rückzooog sind wir drin wow, wir sind drin gewesen ein bisschen den Raum rein ok, den haben wir mal da an ganz wichtig ganz wichtig hopp, böse Kugeln verdammt verdammt, was soll ich da denn jetzt machen huuuh huuuh ok das sind die Zellgrosse da haben wir gleich einen weg ok auch irgendwas magievolles machen zu wollen oh, warum ist das so schwierig stammt, ich muss endlich bitte Ausrüstung bekommen aber ach 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 dank fürs Zuschauen Tschüss